Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday J. Müller Unternehmen, Happy Birthday to you. J. Müller ist mein Arbeitgeber und ich arbeite sehr gerne hier mit meinen netten Kollegen. Wir geben ja jeden Tag Vollgas. Tradition, ein tolles Unternehmen und ja, einfach Tradition. Ja, 200 Jahre J. Müller. Wie fühlt man sich bei einer Firma, die 200 Jahre alt ist? Ich selber durfte ja tatsächlich fast 40 Jahre auch mitgestalten, mitarbeiten hier bei dieser Firma Müller. Und man muss ganz klar sagen, eine Firma, ein Familienunternehmen, wo man 100 Prozent Unterstützung von der Familie, von den Gesellschaftern erfährt und wo jeder Arbeitstag spannend ist, Spaß macht. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday Müller Weser, Happy Birthday to you. 200 Jahre Müller bedeutet für mich, dass es auch in schlechten Zeiten weitergeht. Beständigkeit des Unternehmens. 200 Jahre 200 Jahre bedeutet für mich Tradition, aber auch Innovation. Denn eine Firma 200 Jahre, die musste sich mehrfach selbst wieder neu erfinden, um so erfolgreich am Markt zu sein. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. J. Müller ist für mich ein super Ausbildungsbetrieb mit tollen Mitarbeitern und einer guten Zusammenarbeit. Ja, herzlichen Glückwunsch, alles Gute und auch weitere 200 Jahre. Es ist ein großes historisches Ereignis, in so einer alten Firma arbeiten zu dürfen. Es ist eine Ehre. Ja, 200 Jahre für mich sind ein zukunftsorientierter, langjähriger Familienbetrieb und ein freundschaftliches Miteinander unter den Kollegen. 200 Jahre Müller sind für mich, neue Leute kennengelernt zu haben. Ich bin erst zwölfte Jahr jetzt hier und viele Kollegen sind für mich inzwischen wie Freunde geworden. Und mir macht es echt Spaß, hier zu arbeiten. 200 Jahre J. Müller bedeutet für mich einen sicheren Arbeitsplatz in einem familiären Umfeld. 200 Jahre J. Müller heißt für mich, ich arbeite in einem traditionsreichen Unternehmen, fühle mich hier super wohl und hoffe auf die nächsten 200 Jahre. Ich hoffe, dass das noch viele, viele Jahre so weitergeht. Alles, alles Gute. Viel Erfolg. Viele, viele zufriedene Kunden. 200 Jahre J. Müller bedeutet für mich Tradition, Geschichte, aber auch Innovation und stetiger Wandel. Ich denke, 200 Jahre J. Müller steht in erster Linie für Verlässlichkeit. 200 Jahre J. Müller bedeutet für mich, dass ein Unternehmen sehr viel Durchhaltevermögen hat. Jo, herzlichen Glückwunsch allen Mitarbeitern und der Geschäftsführung und allen Dazugehörigen für die nächsten 200 Jahre. 200 Jahre J. Müller bedeuten für mich Tradition, Zusammengehörigkeit und Zukunftsorientierung. Und mein Opa hat bei J. Müller gearbeitet, mein Vater arbeitet bei J. Müller und ich arbeite jetzt auch bei J. Müller. 200 Jahre Kompetenz im Hafenumschlag. 200 Jahre J. Müller bedeuten für mich eine sehr lange Unternehmensgeschichte und auch viele Jahre, wo ich schon gut beitragen konnte. Happy Birthday to you! So, ehrlich gesagt, ich bin seit einem Monat hier angestellt, aber kann ich schon sagen, ein guter Arbeitskollegen und die besten Arbeitskollegen einfach. Einfach viel Erfolg! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! J. Müller! Dass ich 45 Jahre mitgestalten durfte, habe viele Höhen, auch einige Tiefen erlebt und es ist nach wie vor eine schöne Zeit. Herzlichen Glückwunsch J. Müller zu 200 Jahren auf mehrere erfolgreiche Jahre, wenn nicht sogar 300 oder 400 Jahre. J. Müller ist für mich Tradition und ein beständiges Unternehmen. Erstmal herzlichen Glückwunsch und das bedeutet, dass es eine sehr beständige Firma ist und mit Wiedererkennungswert und ich freue mich natürlich, dass das Ganze schon 200 Jahre Bestand hat. Tante Auguri a te! Tante Auguri a te! Tante Auguri a te! Tante Auguri J. Müller Vesa! Tante Auguri a te! Tante Auguri a te! Tante Auguri a te! Tante Auguri a te!